Herzlich willkommen zum Einführungsvideo von Magix PC Check & Tuning. Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Magix entschieden haben und möchten uns dafür herzlich bei Ihnen bedanken. PC Check & Tuning ist ein Programm, mit dem Sie Ihren PC auf eventuelle Probleme untersuchen und Leistungsbremsen beseitigen können. Mit der Funktion PC untersuchen wird Ihr Computer einer Prüfung auf mögliche Probleme und Fehler unterzogen. Die Ergebnisse werden Ihnen nach wenigen Sekunden übersichtlich in einem Report angezeigt, der auch gleich passende Lösungsvorschläge anbietet. Der Knopf Alle Probleme lösen bündelt die einzelnen Aktivitäten und führt sie in einem Schritt aus. Über Einstellungen haben Sie die Möglichkeit, einzelne Optimierungsschritte abzuwählen, falls Sie diese nicht durchführen möchten. PC Check Live ist ein unabhängiges Programmmodul, das nonstop die Leistung Ihres PCs überwacht. Auch wenn Sie das Hauptprogramm PC Check & Tuning nicht starten, arbeitet PC Check Live im Hintergrund ähnlich wie ein Virenscanner. Natürlich ressourcenschonend. Sobald PC Check Live ein Problem identifiziert, das die Stabilität Ihres Systems gefährdet oder dessen Leistung beeinträchtigt, erstattet Ihnen das Programm Meldung. Außerdem können Sie eine Reihe von Tuning- und Optimierungsfunktionen gleich hier ausführen, ohne das Hauptprogramm extra zu öffnen. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser kurzen Einführung in Magix PC Check & Tuning einen ersten Überblick über den Funktionsumfang und dazugehörende Anwendungsfälle geben konnten. Kün Brendan V Bring V Musik 100